Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen. Das hier ist der Einschlafen-Podcast, aber keine neue Episode. Merkt ihr schon am fehlenden Intro. Es ist nur ein kurzes Update für euch, damit ihr wisst, dass ich eine längere Pause brauche. Ich habe zwischen den Jahren ja schon eine Episode ausfallen lassen. Vor vier Wochen ist jetzt die letzte Episode erschienen. Ich dachte, das reicht an Pause. Stellt sich raus, reicht nicht. Meine Kraft reicht gerade nicht aus. Ich bin so ein bisschen sehr alle, aus verschiedensten Gründen. Einer davon, der gewichtigste, ist wahrscheinlich, dass meine Mama im Krankenhaus liegt. Schon seit acht Wochen jetzt. Und das belastet uns alle sehr. Das ist sehr anstrengend. Es ist eigentlich keine Lebensgefahr. Sie hat sich das Bein gebrochen. Aber es ist mit sehr unglücklichen Umständen. Und durch Corona sind die Besuchsregelungen natürlich auch sehr eingeschränkt, sodass das alles sehr anstrengend ist. Genau, das raubt viel Energie. Und was auch viel Energie raubt, ist natürlich die Corona-Pandemie. Mich nervt es immer mehr, dass da so viel diskutiert wird und so viel darüber gesprochen wird. Ich weiß, euch nervt das auch. Und das soll ja auch nicht Thema sein. Aber ich merke an mir selbst, wie ich mich immer mehr verändere. Früher habe ich ausschließlich Nazis verachtet. Mittlerweile habe ich auch kein Verständnis mehr für Menschen, die glauben, dass die Impfung nur sie selbst betreffe. Die Impfung betrifft immer die gesamte Gesellschaft. Und darauf muss man auch als Individuum Rücksicht nehmen. Deswegen bitte lasst euch impfen, damit der Scheiß bald mal aufhört. Und dann habe ich irgendwann auch wieder genug Kraft, um eine neue Episode aufzunehmen. Ich mache euch jetzt keine Versprechung, wann das soweit sein wird. Tut mir leid. Das wird sich zeigen, wie sich die nächsten Wochen so entwickeln. Tut mir den Gefallen, schreibt mir nicht, dass ihr euch wünscht, dass eine neue Episode kommt. Das baut nur Druck auf. Und das nimmt mir auch nur Energie. Ich weiß, dass ihr euch das wünscht. Das müsst ihr mir nicht schreiben. Und ja, irgendwann kommt sicherlich wieder eine. Also ist das jetzt nicht der Abgesang vom Einschlafen-Podcast, sondern einfach nur die Ankündigung einer Pause, von der ich noch nicht weiß, wie lang sie wird. Und ja, wir hören uns dann irgendwann wieder. Lasst es euch gut gehen. Hört vielleicht alte Episoden. Ich habe letztens auf Twitter gelesen, jemand hört gerade Episoden von vor sechs Jahren vom Einschlafen-Podcast und freut sich, dass kein Corona dann vorkommt. Und das kann ich mir vorstellen, dass das sehr entspannt ist. Vielleicht macht ihr es auch. Ansonsten empfehle ich euch auch immer gerne die Sternengeschichten von Florian Freistetter. Einer meiner Lieblings-Podcasts. Einmal die Woche gibt es zehn Minuten, was zum Thema Astronomie. Oder das Coronavirus-Update vom NDR. Da kann man auch sehr gut so einschlafen, wobei mich diese ständige Werbung nervt. Also wir machen halt immer Werbung für ihre anderen Podcasts und das kann man immer nicht gut bei einschlafen. Und es gibt so viele Podcasts, zu denen ihr einschlafen könntet. Es gibt auch wieder neue Chaos Radio Express bzw. CRE-Episoden vom Tim Pridlove. Die sind bestimmt auch sehr, sehr gut zum Einschlafen. Ach, die letzten waren schon alle so gut. Und ja, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Ich hoffe, ihr habt genügend Dinge, die euch Energie geben und die euch genug Schlaf besorgen. Ich habe sie im Moment nicht. Und deswegen ist hier jetzt erstmal Funkstille. Alles Gute euch. Bis bald. Tschüss. Ach so. Nee, halt. Entschuldigung. So schnell kommt ihr doch nicht davon. Und zwar gab es ja noch eine Verlosung. Und zwar habe ich zwei Bücher verlost. Ist ja letztes Jahr mein Buch rausgekommen über den Einschlafen-Podcast. Im Wesentlichen ein Bilderbuch. Aber es beinhaltet auch eine CD mit einer Episode, die nicht veröffentlicht wird, außer in diesem Buch. Also wenn ihr das hören wollt, müsst ihr das Buch kaufen. Haben schon über 2000 Leute getan. Vielen Dank dafür übrigens. Freut mich sehr, dass ihr so viel Zuspruch findet. Gedacht ist das Ganze eigentlich nur für Leute, die den Podcast nicht kennen und nicht wissen, wie man einen Podcast hört. Aber ja, viel Spaß mit den Büchern. Und ich hatte ja gesagt, dass die Leute, die in einem bestimmten Zeitraum an Ärzte ohne Grenzen spenden, ein Buch gewinnen können. Und da haben 28 Personen mitgemacht. Einige über den Online-Spenden-Mechanismus, andere über SEPA-Überweisung. Und vor einer Woche gab es den ersten Realitätsabgleich in diesem Jahr mit Holger Klein. Könnt ihr finden unter vrind.de. Und da wurden die Gewinner ausgelost. Das ist einmal Björn, der über den Online-Mechanismus gespendet hat. Herzlichen Glückwunsch Björn. Und die Sarah mit H hinten, die über SEPA gespendet hat. Und ja, herzlichen Glückwunsch euch beiden. Meldet euch mal bei mir. Beweist mal irgendwie, dass ihr dir Björn und die Sarah seid, die da gespendet haben. Irgendwie. Von Sarah habe ich den Nachnamen von Björn nicht. Und ja, schickt mir eure Adressen. Dann kriegt ihr die Bücher mit hübscher Signatur. Und dann haben wir das auch. Ich war übrigens ziemlich geflasht. Es sind über 1800 Euro zusammengekommen für Ärzte ohne Grenze von 28 Spendern. Also ganz, 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 ganz herzlichen Dank dafür. Das gibt mir auch Energie, ehrlich gesagt. Aber nicht genug. Also nicht, weil ihr nicht genug gespendet habt, sondern weil mir einfach im Moment zu viel Energie abhanden kommt. Habt euch alle lieb. Wirklich. Bis bald. Tschüss.